Musik Stückchen Ah, komm So, die Kiste lassen wir erstmal, die kann noch ein bisschen raustreiben Können wir irgendwie upgraden, Talente, können wir irgendwas da tun? Oh ja, verstärkter Rumpf, Kanonierstraining Männerspielzeug Gesunder Menschenverstand, erst zielen, dann schießen Okay, Genauigkeit und, was haben wir noch? Okay, mehr Schaden, also Genauigkeit und Schaden ist eigentlich immer ganz gut, glaube ich Also, Genauigkeit und Schaden drauf und Wir sammeln erstmal Kisten Eine Kehrtwende Mitten auf die Kiste zu Und meine Zack, so Und dann schauen wir mal, warum haben wir einen Totenschädel über uns? So, ein Stückchen näher sind wir ja gekommen So, Freunde Folgendes ist angesagt Mist, da kommt schon wieder einer Äh Folgendes ist angesagt Ich muss mal hier gerade in die kleine Bucht rein Ihr macht da mal So, wollt euch auch jetzt nicht Irgendwie in eurer Handlungsweise stören Ah Mist, kriegen wir noch nicht Oh, da liegt schon wieder was So, erstmal Achso, Reitseite haben wir schon gegeben, offenbar So, der hat sich schön In die Scheiße manövriert Das ist gut Na komm, noch können wir nicht feuern Aber jetzt gibt's wieder eine Schöne Breitseite Und weiter geht's Oh, oh, oh Unsere Kameraden sind ordentlich am Brennen So Der kriegt auch erstmal einen drauf Wir brennen auch ein bisschen Aber nicht so schlimm So, wir haben beiden Hä? Sabotage ausgeführt Was? Wir haben beiden dahinten geschadet So, der nächste kaputt Ich glaub, da müssen wir mal dran Vorbeisegeln Hallo, hallo Los, los, los Das einsammeln Und jetzt können wir nämlich Von hinten auf ihn drauf So Oh, wir haben irgendwas Was ist das? Nach längerem Kampf ist die Crew Und der Feinde aus Okay Oh Mist Der Rasenhaar ist da Und der mag uns so gar nicht Fürchte ich Können wir reparieren? Nein, im Kampf offenbar nicht Okay Oh Mist Jetzt werden es aber wieder viele Taktischer Rückzug Kriegen wir das hin? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lauf Lauf Also Fahr Fahr Verdammt Fahr Mir geht die Düse Mir geht die Düse Okay Reparatur Reparatur Hallo Reparieren Ja Das war jetzt aber Kurz vor Kurz vor Und so Ne So Was können wir noch machen? Ähm Ich würde fast sagen Erstmal den Schaden hoch Ne Puh Ah, wir haben kein Holz mehr Ein Traum Okay Zack Ah, 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 ah Oh Ja, super Superst Komm, reparier Soweit es geht Ja, das reicht Oder mehr geht halt nicht So Ich muss versuchen mich hinter den zu halten Irgendwie Mist Da kommt einer So So, das hat geklappt Die sind schon mal kaputt Wir brauchen aber trotzdem Oh, Verzeihung, Sir Wir brauchen jede Menge Holz Und mal anderes Material Zinkkanonen Aber Mist Ich stehe hier schon wieder Mitten im Feuer Ey And yet New Carford Wir sind zumindest schon mal da Fahr Bisschen abdrehen Jawohl Okay Wir müssen hier weg Oder wir brauchen Holz Eins von beiden Ist mir völlig egal Oh, 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 oh Gefahr, Gefahr Oh Oh Pff Hallo Komm schon Fahr mal hier näher ran Können wir R Oh Ein bisschen zumindest Ein bisschen reparieren Ja Das war es auch schon wieder Äh Wir haben New Carford erreicht Soweit sind wir schon mal Hallo Ah, stopp Äh Wir wollen keine Fremden in unserer Stadt Das Ziel wird erobert Indem man So lange im Kreis bleibt Bis die Fortschrittsanzeige Gefüllt ist Okay Welche Fortschrittsanzeige Ah ja Ich hab keine Ahnung Welche Fortschrittsanzeige Gemeint war Aber wir haben Äh Puh Mal Einige Seeschlachten Überstanden Ähm Ich würde sagen Das war schon mal Ganz witzig So Äh Was nun Wir haben hier Segelembleme Ah Das können wir verkaufen Und wir können das Äh Verwenden Mannschaft Was können wir damit tun Ausrüsten Ah ja Starte eine Kampf Äh Schließen Nein, möchte ich gerade nicht Ähm Was haben wir da Zinkkanonen Die sind Äh Nicht unbedingt besser Wenn ich das so sehe Okay Was haben wir dann noch Käpt'n Rasta Aufstrebender Kapitän Was Hilft uns der Ich hab keine Ahnung Was haben wir hier Ups Äh Extravagante Truhe Ähm Materialbergen Extravagante Truhe Materialbergen Äh Segelemblem Nö Weg damit Tweetsegel Hm Ah Guck mal Das ist aber Deutlich wendiger Und gibt Mehr Segel Wahrscheinlich Ach und mehr Geschwindigkeit Okay Aber weniger Panzerung Wir haben da noch mehr Segelembleme Wir sind Halbwegs reich Im Vergleich zum Anfang Ähm Werft Wir haben eine Schaluppe Und wir können fast schon Eine Kriegsschaluppe kaufen Wahnsinn Können wir irgendwie Shandorn einnehmen Wieso Verteidigen Ah Aufträge Okay Äh Was haben wir hier noch Schmiedeiserne Kanonen Die haben Mehr Genauigkeit Äh Mehr Crit Mehr Schaden Äh Mehr Reichweite Mehr Durchdringung Und mehr Rumpf Aber null Diplomatie Warum Kanonen Diplomatie haben müssen Weiß ich nicht Kann ich die Jawohl Habe ich die jetzt aus Ja Äh Ausrüsten Okay Äh Jetzt haben wir die ausgerüstet Ja Äh Vermute ich fast Das würde ja bedeuten Haben wir irgendwo eine Ansicht Über unser Schiff Schnellreise Karte Talente Lager Menü Ah ja Ah Da sehen wir es Schmiedeiserne Kanonen Alles klar Wir haben die Bleikernmunition Ähm Die macht mehr Schaden Als Messing Und Kupfermunition Macht Auch weniger Schaden Äh Was haben wir hier noch Captain Irgendwie Äh Der würde mehr Wendigkeit machen Captain Artholzen Okay Äh Pinienholz Rumpf Haben wir noch Der Hat Etwas Weniger Der ist Wendiger Dann Aber ich Würde sagen Wir schnappen uns Das Holz Rumpffarbe Nein danke Verkaufen Äh Die Zinkkanonen Finde ich nicht gut Äh Wir bergen das Schießpulver Ähm Segel bin ich mir noch nicht sicher Ehrlich gesagt Neutrale Flagge Was haben wir da noch Was ist das für ein Feld Ah Das ist ein Koch Oder sowas Schiffsgestaltung Können wir das ausrüsten Ah ja Dann setzen wir das da hin Okay Gut Ähm Erstmal Haben wir so ein bisschen Was geschafft Also auf jeden Fall Äh Harte Kämpfe Wir müssen definitiv Unseren Rumpf Irgendwie noch verstärken Versiegelter Brief Ah Da gibt's noch was Na komm Äh Abdrehen Schnell Ah Oh Hetzte mir Mensch Machst du denn hier Scheiße Okay Okay wir machen Äh Mehr Schaden bei ihm Als bei Er bei uns Das ist schon mal gut Das ist wirklich gut Wird knapp Nö Das wird überhaupt nicht knapp Kollege So Okay das haben wir geschafft Ich äh Benutze Schloss oben links Was Äh wir gehen mal eben Äh Wieder reparieren Das ist ja ärgerlich Dass wir uns Gleich wieder reparieren müssen Ich glaube Unser Auftrag ist gerade Kampfinstanz Hallo So So Wenigstens ist das kostenlos Alles gut Benutze dazu Schloss oben links Ach da Äh Gewünschte Aktivität Okay Annehme Säubere die Region Okay Schwierigkeit Einfach Unverwundbar Ach wir können auch mit WASD Ach guck mal Ich hätte auch so Navigieren können Mit Was Ein Beobachtungsturm Haben wir eine Karte Die uns was bringt Nein Alle Piraten Da Mist Abdrehen V Feuer Haha In den Turm rein Und V Feuer Tschu Okay Mit WASD Geht es durchaus besser Oh mir ist es zu weit weg Segel 3 Strich Backbord Äh Ihr rammt ineinander Pam Oh Rechtsrum Äh Ich mein Steuerbord So Wie Wann erkennen wir denn Dass die Region Gesäubert ist Ach da oben steht was Haha Shit Aber da ist ja mal wieder Meine Aufnahme Toll Hallöchen Ein Städtchen Oh Okay Ich weiß mal wieder nicht wo die Fortschrittsanzeige ist Ehrlich gesagt Och Ich weiß mal wieder nicht wo die Fortschrittans Aber Sein Ich weiß mal wieder nicht wo die Fortschrittans Das ist ja mal wieder nie wo die Fortschrittans Bis zum nächsten Mal.